Liebe Mitglieder des AFV, die Ehrenmitgliedschaft ist für mich eine große Ehre, die ich mit Freude und Stolz annehme. Der Verein liegt mir sehr im Herzen. Ich habe hier meine gesamte Nachwuchszeit verbracht, bis ich 14 war und blicke immer wieder gerne auf die Zeit hier in Augsburg zurück. Ich möchte mich bei der Vorstandschaft des AFV bedanken, die mich als Ehrenmitglied vorgeschlagen hat. Insbesondere gilt, dank auch meinen Eltern, ohne die, wie es bei allen Eishockeyspielern so ist, nicht viel gelaufen wäre, gerade als kleines Kind noch, die dann überall hingefahren haben. Zuletzt noch eine Nachricht an die AFV-Nachwuchsspieler. Glaubt an euch, arbeitet immer hart. Ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass alles möglich ist, wenn man sich selbst glaubt. Bis dann, euer Sturmi.